Heute sind wir in einem ganz besonderen Gebäude. Ich darf heute in der Taucherkirche in Bautzen einen Song aufnehmen. Es ist das erste Mal in unserer Reihe, dass wir in einer Kirche drehen dürfen. Und das war mir ganz wichtig, denn ich mag Kirchen sehr, ich mag die Architektur, ich mag die Fenster, ich mag die Stille und vor allen Dingen dieses Gefühl von Menschlichkeit und Hoffnung, das dort immer so in der Luft liegt. Und ich glaube, das ist im Moment einfach sehr wichtig. Ja, der Klang ist natürlich sehr eindrucksvoll hier. Und die Musik kann hier richtig viel Raum einnehmen. Und Kirche und Musik waren ja immer schon irgendwie miteinander verbunden, egal ob das klassische Musik war oder Soul- und Gospelmusik. und genauso wie man in der Kirche Hoffnung tanken kann, gibt auch Musik Hoffnung. Für mich ist Musik ganz viel Hoffnung, ganz viel Kraft. Ich kann da ganz viel Kraft draus schöpfen und das ist auch das, was ich an die Menschen weitergeben möchte, die meine Musik hören. Dass es Hoffnung gibt auf der Welt und dass das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen ein Geschenk ist. und wir Menschen alle in der einen oder anderen Form miteinander verbunden sind. Vielen Dank.